Freunde, ich habe heute den New Hooker Day und zwar mit einer Ambury Pfeife. Wir haben hier die Mono 4.0 von Ambury in der Farbe H-Silver. Und die packen wir jetzt einmal aus, bauen die auf, spülen die durch und dann rauchen wir die auch direkt. Wir haben hier die Base. So sieht die Base aus. Wir haben von oben zwei Schrauben, drei Löcher für die Entlüftung. Außen diesen silbernen Ring, wo Mono draufsteht, der anscheinend sehr Fingerabdruck-sensitiv ist. Und so sieht die Base noch von unten aus. Da sind auch schon die Kugeln mit eingebaut. Wahrscheinlich müsste man die Schrauben lösen, um die rauszuholen, aber das müssen wir nicht. Die hat auf jeden Fall gut Gewicht. Ich hatte ja schon zwei kleine Modelle von Ambury. Die waren jetzt eher nicht so krass, vor allem von der Verarbeitung her. Optisch sind die immer geil. So sieht die Rauchsäule aus. Oben noch so ein paar etwas längere Dinger. Na, unten auch. Und hier oben cooles kleines Detail. Steht noch, this side up. Dann haben wir ein Edelstahl-Mundstück. Ein Tauchrohr mit Diffusor. Oh, wild. Nicht so richtig Diffusor. Also wie viel der bringt, weiß ich nicht, weil... Gucken Sie. So sieht der aus. Was haben wir noch? Das hier. Was auch immer das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie auf den Kohleteller kommt. Oder unter den Kopfadapter. Irgendwie so. Wir gucken gleich mal beim Aufbau. Dann haben wir einen Schlauch. Und wir haben noch einen Teller. Und der Teller sieht wild aus. Also allein von der Form her ist das schon wild. Ihr seht aber auch, der ist jetzt nicht so wunderschön geformt. Also qualitativ ist Ambury jetzt nicht die krasseste Shisha, die es auf dem Markt gibt. Und auch vom Entgraten her. Also ich sag mal so, da müsste jetzt der René her mit dem Schinkentest. Aber ich glaube, das könnte eine Pfeife sein, wo der Schinkentest reinscheißt. Was auf jeden Fall cool ist, die haben überall so kleine Textdetails eingebaut hier. Proudly designed and produced in Ukraine. Und wir haben noch einen Kopfadapter und eine Kopfdichtung. Fangen wir doch einfach mal an. Hier steht ja schon oben drauf. Also schrauben wir mal das drauf. Gewinde läuft okay. Da kann man eigentlich nicht meckern. Oh, interessant. Ja. Wo kommt denn der Blow-Off raus? Ah, hier. Da oben kommt der Blow-Off raus. Da oben sind erst die Löcher. Weil unten an der Base haben wir die ja jetzt abgedeckt. Mit der Rauchsäule. Also wird der Blow-Off wahrscheinlich unterm Teller nach außen hinweg gehen. Teller und dann diese Auflage wohl so hier drauf. Ja, okay. Also es sieht halt schön aus, aber hat sonst wahrscheinlich keinen Sinn. So wie ich das sehe. Schließt okay mit dem Teller ab. Aber ja, wie gesagt. Also wenn du eine geisteskrank gut verarbeitete Pfeife haben möchtest, dann bist du bei Embry jetzt nicht an der besten Adresse so. Da gibt es auf jeden Fall Besseres. Ah, okay. Ist da Edelstahl? Ah ja, okay. Also die Base sieht von unten erst mal so aus, als würde man hier in Pommen schneiden. Äh, in Pommen das Gewinde reindrehen. Aber das Tauchrohr geht da erst mal ein gutes Stück rein. Na? Warte, ich zeige euch nochmal, wie ich ihn reinstecke. So, ne? Also es geht ein gutes Stück rein und dann verschraubst du das Tauchrohr auch tatsächlich oben mit dem Metallstück. Das heißt, wir schrauben schon mal nicht in Pommen. Das ist schon mal gut. Ich finde, wenn wir uns die jetzt mal so angucken, die Rauchsäule sieht im Vergleich zum Tauchrohr wirklich geisteskrank groß aus. Also die ist ja hier immens hoch im Vergleich zu diesem Tauchrohr. Ich dachte erst, wir hätten keinen Schlauchanschluss. Der Schlauchanschluss ist vormontiert am Schlauch. Das habe ich auch noch nie gesehen. Bei den Embry-Pfeifen, die ich schon hatte bis jetzt, hatte ich sehr oft die Probleme, dass die Schlauchanschlüsse da unglaublich locker drinnen sitzen. Und das war für den Arsch. Die Frage, ist das hier besser? Ne, das ist auch komplett für den Arsch. Also was die sich mit ihren Schlauchanschlüssen denken, weiß ich nicht. Ja, okay. Aber es ist, also da ist kein O-Ring, das ist kein Schliff. Der passt so ungefähr da rein und dann jeetest du den rein, bis er fest ist. Das ist das Prinzip von Embry bei einem Schlauchanschluss. Ich verstehe es nicht. Also pass auf, ich versuche euch das mal näher zu zeigen. Jetzt kommt der Schlauchanschluss. So, und wenn du den da ransetzt, dann wackelt der hier noch wie Sau. Und dann musst du den wirklich einmal rein jeeten, einfach drücken und dann sitzt der. Dann musst du aber auch wirklich wieder raus jeeten. Also mit der, der rutscht da angenehm rein und auch wieder raus. Um Gottes Willen, was sage ich hier alles? Macht den einfach nicht ab. Macht einfach den Schlauch hier dran ab. Ist wahrscheinlich einfacher. Das ist geil, Digga. Durchspülen und hinlegen. Und normal jede Pfeife dann so langsam, aber sicher ihrem Tod an der Tischkante entgegenrollend. Und dann jeet. Und bei der nicht. Kannst du geil hinlegen. Rollt den nicht weg. Finde ich cool. So, und speaking of durchspülen, das machen wir jetzt als nächstes. So, wir brauchen eine Bowl für die Feierkopf. Ich habe auch schon eine im Kopf. Das wäre eine Option, aber ich tendiere eigentlich zu der Bowl. Das fände ich ganz geil, glaube ich. Das ist es, oder? Ja, das ist es. Gut, dann hauen wir das Ding gleich mal an mit einem Köpfchen und dann gucken wir mal, wie sie sich raucht. Der erste Eindruck. Äh, Leute, ich habe gerade den ersten Zug von der Embry Mono 4.0 genommen und entlüftet und, äh, sehen Sie selbst. Ich dachte, so Blow-Off kommt nur hier oben. Der kommt überall. Der kommt aus der Base, der kommt aus der Raussäule, der kommt unterm Teller raus. What the fuck, Bro? Geil. Einmal hier hinstellen und dann komme ich nebendran und dann sollte Fokus passen. So, pass auf. Wie wild, Digga. Ich habe da ja absolut nicht mit gerechnet, dass das Teil jetzt an 5000 Stellen auf einmal einen Blow-Off hat, Digga. Was am allergeilsten wäre, wenn man das noch irgendwie umstellen könnte. Aber kann man, glaube ich, nicht. Das wäre geil, weißt du, wenn du jetzt hier irgendwie die Base zudrehen könntest oder so. Oder oben den Teller zudrehen könntest, dass das nur hier so ganz leicht aus der Raussäule rauskommt. Den Teller hätte ich tatsächlich gerne aus-mäßig. Passage schreibt, ich bin ehrlich, bei der Säule an sich hätte man den Blow-Off weglassen können. Base und Teller hätten gereicht. Digga, ich sehe es zum Beispiel schon wieder komplett anders. Ich finde den Raussäulen-Blow-Off richtig wild. Weil der so ganz minimal da rauskommt und hier so schön runterläuft. Finde ich persönlich den richtig nice. Aber gut, am Ende des Tages bleibt das natürlich immer Geschmackssache. Aber ich bin schon mal geisteskrank positiv überrascht hier vom Blow-Off. Nur mein Durchzug ist für den Arsch. Auf einer russischen beziehungsweise auf einer ukrainischen Pfeife einen Funnel-Vollkontakt zu bauen, war maybe nicht die beste Idee, die ich heute hatte. Aber abgesehen davon, dass ich eine Minute länger ziehen muss, ist es natürlich irrelevant. Das könnte ich mir stundenlang angucken. Richtig geil. Richtig geil. Wild. Okay, also vom Rauchverhalten. Blow-Off geht relativ easy. Also du hast wenig Widerstand beim Reinpusten. Beim Ziehen ist sie schon so klassisch ukrainisch-russisch. Also wie man das von östlicheren Pfeifen so gewohnt ist. Ein bisschen strengerer Zug. Das ist jetzt in der Kombination mit einem Funnel-Off-Vollkontakt ein bisschen streng. Ich würde aber sagen, spätestens wenn ich dann nachher einen Meerloch-Kopf drauf haue mit einem geilen Darkblend, dann wird das richtig nice vom Durchzug. Und Rauchverhalten machen wir dann später nochmal in Ruhe. Ich rauche jetzt noch ein paar Köpfe. Das war nur so der erste kleine Eindruck. So. Auch wenn ihr die Pfeife gerade nicht komplett seht. Da ist sie wieder. Sie ist an. Und es ist mittlerweile der dritte Kopf, den ich aufgerauche. Ich habe zwei Funnel geraucht. Beide mit Vollkontakt und einem HMD obendrauf. Und habe jetzt einen Meerloch-Kopf mit HMD, aber mit Abstand. Und das Ding ist für Meerloch gemacht. Also ich persönlich finde, dass der Durchzug mit einem fluffig gebauten Meerloch wirklich nahezu perfekt ist. Und Rauchverhalten bin ich ja eigentlich eher ein Freund von kleinen Pfeifen. Finde das hier mit der Kombi Meerloch-HMD mit der großen Pfeife aber gar nicht so schlecht. Also vom Rauchverhalten ist echt nice. Durchzug, fluffig gebauter Meerloch mit der Pfeife zusammen. Ist das wirklich nice. Preislich haben wir geguckt. Gibt sie relativ wenig in Deutschland. Einen Shop hat sie aber schon. Und da kostet sie 230 Euro. Die Blow-Offs sind schon insane geil. 230 Euro bei der Verarbeitung ohne Bowl ist aber auch schon happig. Also wenn ihr jetzt vorm Bildschirm sitzt und ihr denkt euch, das ist die schönste Pfeife, die ich jemals gesehen habe. Und ich brauche nicht immer eine Simulation Aeon und Co. von der Verarbeitung. Dann würde ich sagen, kann man das schon machen. Es ist nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was es jemals auf der Welt gab. Es ist aber auch nicht übel vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Sie sieht schön aus. Die Blow-Offs sind für mich eine absolute 10 von 10. Ich finde, das kommt in echt sogar noch tausendmal besser, als das jetzt auf der Kamera so zu sehen ist. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also eine schöne Pfeife mit wunderschönen Blow-Offs, mit einem sehr gescheiten Rauchverhalten. Für ein kleines bisschen zu viel Geld für das, was mir die Verarbeitung wert wäre. Aber trotzdem ein geiles Ding. Also ich glaube, die wird man bei mir definitiv ab und zu sehen. So viel mein erster Eindruck zur Ambury Mono 4.0 in Silber. So viel mein erster Eindruck.